so liebe leute hier ist mal wieder euer darkmoon und der kann ja und auch noch lesch so wir wollten heute mal wieder eine runde battlefield ich habe meine müssen langsamer stellen eben weil ich habe mich kurz bewegt und bin hier ich nehme ich eine pdw mit oder bleibe ich hier beim mg ich weiß es nicht ich glaube ich nehme karabiner als religiöses und politikus sprechen gleich wann und schlägers wird's extreme kd over all will be kick it or one it ist denn hier jetzt um mich Finger, Finger, Finger! Oh, fuck! Gusser Heuer, Mimus. Hat hier alles am Abspacken bei mir. Gusser Heuer, Eizz! Eizz, Eizz... Futter, Eizz! 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 Eizz, Eizz... Eizz! 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 Dann kommt hier hin, dann kommt hier hin! Dann kommt hier hin, dann kommt hier hin! Dann kommt hier hin, dann geht's hier weiter! Ach, hast du das? Oh, Tiger-Brundzone! Verteidig dieses Einsatzziel! Oh! Ich hab Zuchtkontakt zu einem feindlichen Fahrzeug! Festlich deiner Stellung! Oh, was ist denn hier? Wir haben gerade Einsatzgebiet Alpha neutralisiert! Hey! Niedere I-Sachsbildung, fahrradzau! Oh! Oh! Wir kommen hier hin! Ich bin hier hin! Ich bin hier hin! Wir haben hier ein paar Messe und das video! Oh, nein! Schluck! Oh, die ist das ... Das ist die Priorität! Wir haben gerade Einsatzziel eco-neutralisiert! Da ist ein Feindlicher zur Tat! Lötlich deiner Stellung! Schnelles Fahren, die Leute! Schnelles, klar, du gestörst mich nicht mehr! Du musst aufhalten! Ja, ich weiß, ich hab' müssen den Rechner neu starten, ging nix mehr! Und du bist nun mal vielster! Ich glaube, es wird langsam Zeit für einen anderen CPU! Wir haben Einsatzziel eco-neutralisiert! Wir haben Einsatzziel eco-neutralisiert! Ach, scheiße! Bin wieder blind, alter, dämliche Truppe! Aber keine Hilfe hat er gekriegt! Na schön! Fröhlich! Scheiße! Was? Bei der Killhilfe? Ja! Ist Hilfe seinem Kill? Kill Kill Hilfe ist wie Ficken! Du steckst ihn halt nicht rein, ne? Ist auch doof! Weiter! Oh, das ist doch schon! Genau so! Dumm! Noobs bei der Arbeit! Einsatzziel der Fall, jetzt unter unserer Kontrolle. Das ist unsere ... Jetzt können wir noch gar nicht... Oh, der Füße schießen. Wie auf dem Oberkörper. Fangst du von oben nach unten an oder wie? Nein. Oh, da waren es weh zu viel. Oh, da wird noch hochfahren. 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 Oh, das ist toll. Schmeißen. Greift jetzt das Einsatzziel an! Oh. Oh, da wird noch hochfahren. 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 Ich habe mit einem feindlichen MG Schl Adventure die hier gesuchtet. Was ist das? Waffe ich mich nicht? Ich bin der Fertigste. Ich bin der Fertigste. Ich bin der Fertigste. Ich bin der Fertigste. Einfach zu blöd. Ich komm wieder. Oh ne, war der oben hin. Shit. Watt für'n Käse. Oh ne, war ja klar. Dass er wieder schneller ist als Weg. Hä? 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 Alter. Was ist die? Achtung! Einsatzziel Bravo! Wohnung organisiert! Ich habe gar nicht geholfen. Ich hoch. Hilfe! Einsatzziel. Weiter ist jetzt unter unserer Kontrolle! Feindfahrzeug gesichtet! Nördlich von dir! Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich habe gerade mal drei Leute in Folge umgelegt. Was ist das? Total nice! Blutrausch! Hallo! Alter, überleg mal wie wir das früher... Wie viele Stunden... Wie wir das gespielt haben die ganze Zeit. Ja, nur gesuftet ohne Ende. Und die Aktion mit dem Bogen! Und die Aktion mit dem Bogen! ... 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 Oh! Endlich! Oh, Gott! Oh! Oh, was ist das eine Deathmatch oder was? Oh, oh! Uh! hat sich die jahre hat er sein Weißt du nicht noch? Hallo? Männer erobert! Das wäre doch mal ein falsches Ziel, wenn ich springe runter. Männer, sichern dieses Einsatzziel! Fälscher denn? Okay. Das ist ein Pavel, ich vermute. Wir gehen wieder zurück. Da ist eine Y-Achse, die haut da im Kündchen. Die ist mehr zu lange, die ist ja noch nie mehr frei. Da steht ein Moped. Achtung, wir haben Einsatzziel Eifer verloren. Einsatzziel Charlie wurde erobert. Einsatzziel Delta wurde neutralisiert. Einsatzziel Delta ist jetzt unter uns. Einsatzziel Delta ist ein Moped. Das ist ein Moped. Das ist das Einsatzziel, das ihr verteidigen sollt. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen. Südlich deiner aktuellen Position. Ausatmen. 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 In den Rückrührschließen. Wir haben Einsatzziel Delta neutralisiert. Ausatmen. Was ist das? Achtung, Einsatzziel Filter ist ohnehin Guck, wie ich jetzt nicht mit reinkomme, ohne dass mein Rechner komplett wieder aufhängt Stimmt doch, ist da irgendwas faul hier Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Filter Hallo Ja, ich höre dich doch Ah, genau Kein Nachhauen, ich ja Soldaten, greif dieses Einsatzziel an Ich muss schon keine Munition lernen Wir haben Einsatzziel Charly neutralisiert Ich denke, ich habe Leila, nachhauen Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Charly Alles klar, ich muss nur gehen Was geht's hier oben los hier, also geht's schon mal in die Stadt Wer ist denn hier? Oh, Schiff, Schiff, nein! Oh, ich bin hier auf den Kopf gesprungen, ne, wie Wahnsinn Ich hoffe, es hat ja ein Infrarot-Visier, Alter Ich bin hier jetzt im Spiegel und kann nichts anklicken Was? Wer ist denn das? Die Müllung kann einfach sein Ich glaube schon Sehen wir auf den Kopf gesprungen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aftung, Einsatzziel Filter, wurde erhoben Als wenn es nicht laufe, als wenn es im Hintergrund bleibt Wir haben Einsatzziel Charly verloren du hast hier wusste ich hier bin 5 cm voraussetzung ich kann nichts anklicken ich kann hier nichts anklicken ich wie oft denn noch jetzt ich habe es nicht mehr ach du kacke ah jetzt ist er selber gestorben was ist denn der russjörn ab 17 zu 20 der russjörn oh kacke jetzt kommt hier ein auto Wir haben Einsatzziel Bravo verloren. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie. Ich hätte dir geholfen. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich bin mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ok, nur bei mir, äh... Grün ist das Spiel, nicht mehr. Nicht mehr, jetzt. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel weiter. Oh, da steht eine Klemung. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel weiter. Was ist denn du? Da oben drückt. Da oben drückt. Da oben drückt. Ja, Achtung, Achtung, wir sind hinten. Ja, 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 ja. Ich bin nur schon weg. Ich bin wirklich höher. Puh. Wir haben gerade Einsatzziel Delta verloren. Da oben drückt. Ja, 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 ja. Ich muss hier hochkommen. Was ist denn noch aktuell und bald vorhin hier, ne? Ja. Wir haben gerade die Kontrollen, die bereist das zu viel weiter übernommen. Ah! Und ein anderer Fahne, der weg. Ihr kommt ihn oben, oder? Jetzt geht er wieder weg, hätte ich Munition gehabt für dich. Ach so! Hier, Herr! Einsatz Ziel Charlie! Würde neutralisieren! Achtung, Achtung! Ihr steht mir vor der Flinte! Ich weiß ja mal, geh ahne! Siehste, guck mal! Nicht schon wieder da! Hier, drück mal den Knopf! Guck mal, jetzt rühre die Gitter runter! Bäh! Kommt hier noch von Delta? Oh, ne, ist ja wohl! Erhör! Einsatz Ziel Echo wurde neutralisiert! Im Bus, im Bus, wo ich jetzt tot bin! Ist er, sitzt er noch auf der Treppe! Und da reinkommst du in der Mitte auf der Treppe für hoch sitzt dann! Jetzt nicht mehr! Wurde ich auch mal raus hier, weil er kommt irgendwie schon... Der Prinz hat gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's geschafft! Ich hab' noch nichts gerissen! Ich hab' noch einmal gestorben, noch nichts gemacht! Wo denn? In der Ecke sitzt er auch! Ja! Wer ist das? Kann man hier in den Bus nicht ran gehen? Dann muss ich gleich mal nach oben gehen! Dann muss ich gleich mal nach oben gehen! Nach oben gehen! Ja, nach oben! Ich hab' noch mal nach oben gehen! Ich hab' noch mal nach oben gehen! Scharfschütze, ich weiß nicht von wo! So ist das nicht tot! Wenn wir hier mit Snipern spielen müssen, das verstehe ich nicht! Ja! Er ist so bescheuert, ey! Das braucht kein Mensch! Ich hab' den Krieg auch, Snipern! Ja, aber nicht auf so Karten! Das ist so, was wir heute machen! Nein! Hab' ich dich, du Mistgeburt! Ich kann mir grad zeigen! Ich hab' einen Headshot, ein Metal! Geil! Ich hab' hier grad drei Stück bei Delta weggeholt, ey! wir haben die kontrolle ist der hilfe zieht als kühl 87 alter jetzt wird es mir verarschen in sicherheit ich kann hier nicht mehr raus schießen ich bin hier links und rechts im bus ich bin schon abgeräumt ich bin hier und hier und Einsatz 10 Delta wurde neutralisiert. Ich habe gerade taktisches Warten gemacht, da gibt es nichts von hier. Ja, ich mache nichts. Oh, ich glaube, ich habe mich wieder runtergesprungen. Oh, ich glaube, ich habe die Munition. Ich werde schon beim eigenen angeballert und werde dann von außen... Ah ja, dann nicht. Wir sind so viel offen unterwegs. Achtung, Claymob, stelle ich in. Achtung. Ja, ich brauche Munition. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie verloren. Ich wusste ja nicht, dass sie die Mauer kaputtiert. Ja. Ich war jetzt mal auf der Seite des Heiko, wie gesagt, aber das glaube ich nicht. Das war auch nett, ne. Bei 115, das ist ohne mehr. Jetzt hat er mich. Aber der Bodenrichtwert ist in Werten da an der Stelle 80 Euro pro Quadratmeter. Im Gegensatz zu hier der Adresse, die hat zum Beispiel 120. Ja. Und dann überleg mal ein paar Straßen weiter, deine Eltern, nur noch 95. Krass, was für ein Unterschied. Ja, ist halt so. Ja. Dieser Hurensohn von Sniper hier, der die ganze Zeit hier aus dem Rotbereich schießt. Einsatzziel Charlie ist verloren. Was habe ich denn hier gekriegt, Alter? Ich gehe da jetzt von hier runter. Ach so, jetzt ist doch gut der Sniper. Ja, da hinten sitzt aber noch einer rum. Ja. Ich habe den genommen, der Neude da auch. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha. Wir haben Einsatzziel Delta verloren. Ja. Ach, bist du! Ach, ab, hast du müssen! Angel, 6, CZ. Hab ich noch ungelöst. Also mit dem Ding lege ich mich nicht auf. Was ist das? Oh, ey, ich treffe noch und er hat 100%, was ist denn nur los? Oh, wie mich das nervt. So, liebe Leute, das soll es denn für heute gewesen sein, denn bis zum nächsten Mal euer Dagmund und euer Ganner. Auch wenn das scheiße lief, ich hoffe, ihr habt total Spaß. In diesem Sinne, tschüss.